Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia und wir drücken mal auf Weiterspielen Denn ich weiß nicht mehr ganz genau wo wir waren Ach genau wir waren ja hier Und ich wusste nicht wie wir weitermachen richtig So ich muss jetzt gerade mal gucken Ja ich muss ich habe wieder die Komplettlösung nehmen wir auf das muss ich diesmal weil wir haben das Problem wenn wir hier an die Konsole gehen Und Hermes haben wir ausgewählt Hermes wollen wir auch klonen wenn wir hier auf dreimal gehen Das funktioniert nicht oh Sein TLP spielt irgendwas okay Jedenfalls All die Gegenstände die ihr nun bei euch tragt werfen wir in den Trichter Das haben wir alles gemacht Also ab zur Konsole Dafür müssen Okay Hm Ja bloß Der Eiweiß Das geht hier nicht richtig Was ist mit diesem Was Okay warte mal Ah ich glaube wir haben was vergessen Okay warte mal Ah Da haben wir was vergessen Da sagt es doch Wir haben ja was vergessen siehste Wir müssen nämlich Ja mein kleines Hast du Hunger? Wobei Ach egal Fress Goldig Okay das haben wir nämlich vergessen Hätte ich aber auch gleich drauf kommen können Ich meine Knoblauch Und Vampir Schnabeltier Hätte man auch gleich drauf kommen können Aber gut Haben wir jetzt nicht dran gedacht Ist doch auch egal Wir machen das Wir machen die Vampir Schnabeltier Tut mir fast ein bisschen leid Aber Naja Ist wie es ist Aber man muss tun was man tun muss So Und da hätten wir Eiweiß Zum Glück gibt es keine Anzeige für den Cholesterinspiegel Gut Jetzt haben wir alles auf grün Das hat nämlich noch gefehlt Und jetzt können wir Hermes dreimal klonen Aber die Aussage war auch ein bisschen merkwürdig irgendwie Ich muss erst die anderen zwei loswerden oder keine Ahnung Das war ein bisschen Hätte er jetzt gesagt Wir haben nicht genug Material für drei oder so Hätte ich das ja verstanden Aber gut Wir haben alles Tun wir mal den Hebel So Na sagt das nicht Rufus So Hermes Hey Was soll das Wartet auf mich Ach verdammt So jetzt können wir mit ihm reden Hermes der dritte So Hermes der dritte Willst du mich nicht einfach geben Tja Jetzt siehst du mal wie das ist Ja aber Was willst du denn noch Du hast es doch selbst gesagt Alles ist verloren Das dachte ich auch Aber dann habe ich Goal gefunden Was hattest du mit ihr vor Kann man sie noch retten Ach Du kennst das Mädchen Sie fiel kurz nach dir vom Himmel Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot Der Rest war ziemlich hinüber Darum habe ich einen Klon angefertigt Er hat lange genug überlebt Um einen kompletten Scan durchzuführen Hier Damit lässt sich deine Freundin klonen Okay Auch wenn ich nicht weiß Was das bringen soll Eponia ist verloren Lass das mal meine Sorge sein Hermes der dritte Er nahm mir den Respekt vor dem Leben Ich Habe mir den Arsch getreten Ja Hermes du überlebst das schon Du machst das schon Das Ist noch nicht alles verloren Also Was haben wir denn hier Goals scannen Ich habe die Datasette mit ihrem Körper scan Das Spiel ist noch nicht vorbei Ach die müssen wir da einlegen Passt Wie gemalt Okay Goal Wir wurden allerdings nicht So Dann mal rein ins Vergnügen Ich rette dich Goal Da hat eine rote Lampe geleuchtet Was tust du Berate mal Ich rette Goal Aber so doch nicht Oh Da ist ja gar keine Nukleinsäule mehr in der Maschine Oh Na ja Bei dir hat es ja auch ohne funktioniert Schnell Brich das ab Die Rohre überhitzen Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren Ach Quatsch Oh Ähm Scheiße Oh nein 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 Sie lebt Ich kann sie noch retten Tja Ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen Aber was ist mit Deponia Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen Und selbst wenn Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon Alleine kommst du niemals da rein So alleine bin ich nun auch wieder nicht Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco Sie werden den Organon ablenken Während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen Die Zeit reicht nicht aus Dann müsstest du die schon dreiteilen Und selbst wenn Dreiteilen? Ich hab da so ne Idee Und du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für drei Klone in der Kammer So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck Du bist schwer in Ordnung, Hermes Lass uns nicht sentimental werden Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check! Sehr gut Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben Keine Sorge, Hermes Ich hab alles verstanden Du kannst dich auf mich verlassen Tja Ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert Wenn der Hebel nicht betätigt wird Es wird funktionieren Das muss es einfach Na dann Lass uns lieber keine Zeit verlieren Drei Zwei Eins Ähm Ähm Komm schon Du bist ein netter Vogel Schnabeltier Hey, es hat geklappt Ja, und jetzt? Einer von euch beiden Oh Gott Einer von euch beiden Muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln Am besten Du Hä? Wieso denn ich? Äh Äh Wieso kriege ich eigentlich bei Steam nicht mehr die, 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 die Name von den Achievements angezeigt? Ist ja doof Ich gehe zur Organ- und Hauptverwaltung und versuche den Start des Hochboots hinaus zu zögern Ich hab's zuerst gesagt Nein, ich Ähm Ich gehe in die Kanalisation und rette Gold Aber das ist mein Job Nein, meine Ähm Ähm Oh Gott Oh Gott Einer von diesen beiden Ich gehe in die Kanal- und versuche den Start des Hochboots hinaus zuzulegen Ich gehe in die Kanal- und versuche den Start des Hochboots hinaus zuzulegen M. Oh nein. Okay. Oh, weißt du, warte, warte kurz. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was in mir zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja. Nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Rufus, dreimal so viel Dreck. Weg, es muss weg heißen. Oh quaff город. Auf der Osten standoping noch nie! Bis zum nächsten Mal. What to do da? Gut. G idiot. Bis zum nächsten Mal. skeist auf!